Hallo und herzlich willkommen... Was? Müssen wir die irgendwie beitreten? Warte, ich bin doch noch im Menü! Ich starte immer im Menü, ja. So, hallo und herzlich willkommen. Halt deinen Maul jetzt! Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Sonntagsbox, SCP heißt das Spiel. Ich weiß nicht mehr, für was das die abgezogen war, aber... Secret Laboratory? Genau. Da das einjähriges Sonntagsbox ist, spielen wir jetzt zusammen ein Spiel. Also jeder sucht sich ein Spiel aus und dann müssen wir das zu dritt spielen. So, und ich habe dieses Spiel ausgesucht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Hätten wir nicht eigentlich eins für dich aussuchen müssen? Nee, nee. War schon richtig. Jeder sucht sich selbst eins aus. Bin ich jetzt in dem Spiel? Also ich kann nicht beitreten, auf jeden Fall. Stimmt, kommt... Kommt... Es ist schon gut aus. Der erste Satz ist, by default, the server will be set up only for your friends. Ja, das start bei mir auch. Und jetzt warte ich hier auf Players, aber ihr könnt mir ja nicht reconnecten. Jono Portas English Server. Wissen wir da reden? Ich will nicht reden. Wollen wir einfach in den obersten Tonys Place gehen? Ja, in den polnischen. Oh, ach so, in den obersten... In den obersten Tonys Place. Äh, Palace, nicht Place. Äh, Palace, ja, okay. Hallo? Join. Server ist voll. Nice. Den da drunter? Server ist voll. Den da drunter, Server ist voll. Den vierten? Server ist voll. Der ist auch voll. Also ich bin... Hä? Was denn jetzt passiert? Okay, keine Ahnung. Die sind alle voll. Oh! Ne, den sechsten. Connecting! Eins. Ich bin drin! Zwei. Warte. Eins, zwei, drei. Zwei Chat auf Q. Sechs. You will be respawned soon. Server ist voll. Die sind alle voll. Dead as Game. Lass uns in Dead as Game versuchen reinzukommen. Okay. Das ist der dritte von uns. Ah! Drin! Ah, ich bin rausgeworfen. Nein. Bei mir sind es zwei. Ich bin... oder? Drin! Doch! Ja! Ich bin drin! Ja! Bei mir steht drei Connector. Ja! Das sind wir drei, oder? Die Zeit läuft ab. Hat nur... Sterne, wenn das vorbei ist. Zehn Minuten gedauert. Das geht alles von der Zeit ab, ich sag's euch. Ich bin bei nem Hubschrauber. Was? Ich bin ein Intailed Fox Commander. Ich bin ne Kamera. Ich bin... Ich muss Wissenschaftlern helfen zu entkommen. Ja, hilf mir mal zu entkommen. Ich bin... Okay, sag mir was du siehst. Ich bin in nem kleinen Raum. So ein Gefängnisraum. Kannst du ne Tür offen machen, Basti? Ja, hab ich. Ich hab grad ne Tür aufgemacht. Aber meine nicht. Mach alles auf. Mach alles was du kannst. Hacking, hacking, hacking. Was muss ich drücken? Was muss ich drücken? Weiß ich nicht! Ich bin in einem Fahrstuhl jetzt. Ach man Leute. Ich sitz nur in nem Raum und kann nichts machen. Ja, entspannen sie sich. Ich fahr jetzt ins Fahrstuhl. Oh, ich hab... Drück mal Tab. Hab die Gegenstände. Ich hab ein Radio. Ich hab gar nichts. Ich bin ne Kamera. Ich hab ein Disarmer. Fast die ganze richtig viel Leiters. Ich hab ein Amometer. Kannst du dich irgendwie bücken? Hast du das rausgefunden? Ich hab eine Positronengranate. Warum hast du so viel Zeug und ich nicht? Ne Epsilon 11 Standards Rifle. Ich hab nichts. Ich hab so... Ich hab ne Keycard, Alter. Vielleicht funktioniert die hier. Ich öffne grad jede Tür, die ich finde. Also ich hab hier nur so... Ich hab nur... Du bist aber sicher, dass du die Tür nicht aufmachen kannst, ne? Naja, ich... Ich klicke die ganze Zeit rum, aber hier ist nichts. Mit... Was macht man das denn offen? Äh... Also die ganzen Türen, die ich aufmachen kann, da ist ein Schalter neben und die machst du mit E auf. Du musst nur die Tür E drücken. Connected. Niklas. Wir sind mehr Büro... 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 Büro? Büroräume. Büros. Sag einfach Büroräume. Basti, bist du in meiner Sicht? Nein, du irgendwo in... Ja, ich bin bei dir. Dr. Harb und Dr. Gears und Dr. Maynard. Ich hab keine Ahnung, was man machen muss. Ich... Bin... Ich... Habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich steh auf einmal hier vorm Bunker und hier sind andere Menschen. W... Was? Wut? Basti, kannst du dich bewegen? Ja, ich kann laufen. Ich bin vorm Gebäude, glaub ich. Ich kann laufen. Ein Wunder! Ich kann schießen. Hä? Warum haben alle knarren außer ich? Was kann man... Kann man hier irgendwas machen? Ka... 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 Oh Gott! Junge! Was? Alter! Oh, das ist ein Gegner! Ich war mich so zu... So erschrocken! Ich bin gestorben! Was ist los? Alter Junge! Summary. The next round will be start in 10 Sekunden. Was ist passiert? Ich hab Fahrstoff gemacht, aber da war ein Gegner drin. Alter! Alter! What the fuck? Okay. Ich bin in einem kleinen Raum, ich glaub ich bin jetzt wie Niklas gefangen. Die Türen gehen auf eh offen! Willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein... Was ist das denn ein Witz? Und ich hab... Ah! Evacor... Ich hab... Evacor... Ich hab ein Nest gebaut? Hahaha! Okay... Was hab ich gemacht? Was ist das? Ich hab mich jetzt schon verlaufen. Hä? Das sind so Löcher im Boden. Oh! Äh... Es wackelt alles. Mein Bild. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Weißt du Niklas? Ich glaub du bist gegen uns, ne? Eigentlich... Ja, ich hab... Bei mir ist alles schwarz. Was? Hä? Hä? Ach das ist ein Teleporter! Oder was? What the fuck? Ich hab hier irgendeine komische Maschine gefunden. Äh... Da kann ich nur mit Security Dings Level 2 oder höher dran. Und ich brauch irgendeinen komischen Coin. Und ich bin mir nicht sicher was das genau tut. Aber es steht in der Cafeteria. Also vielleicht kriegt man was zu essen oder so. Ich versteh das Spiel nicht. Also ich bin jetzt in diesem PC-Raum, wo Niklas auch schon war. Neck dich den ein. Das Teil sieht geil aus. Jetzt wird geballert, Leute. Jetzt wird gelunzt. Hier ist nochmal so ein Dings. Ihr wollt mich verarschen, oder? Wollt ihr mich verarschen? Als ob das geht! Man kann einfach durch die Tür gehen. Natürlich! Wie bin ich da nicht drauf gekommen? Durch die Tür zu laufen! Ich verlinke mich. Ich hör halt Schritte, ne? Leute, jetzt wird es ernst hier. In was für einem Raum bist du denn? Es ist sehr schwarz und grau alles hier. Und überall stehen so Serverdinger rum. Echt? Ja. Sind die Serverdinger bunt? Ja, relativ. Hallo! Alter, da hat jemand... Oh, was? Was? Bist du tot? Nee, ich wurde teleportiert in so einen Altraumraum oder so. What the fuck? Ich seh nix! Intake? Connection lost. Für mich auch. Hä? Wollen wir einen anderen nehmen? Ich muss jetzt eben kurz mal... Gibt's hier irgendwie Settings? Du kannst hier keine Steuerung angucken. What the fuck? Wieso gibt's denn kein Team-Support-Forum? Ja, geil! Mann! Jetzt bin ich... Ich bin das Monster! Seid ihr beide ein Monster? Nein! Nein! Ich bin Personal, Alter! Ich auch, aber bei mir ist jemand im Raum. Ja! Leon! Ja! Da oben ist irgendeine Kloppe oder so? Keine Ahnung. Hä, wo bin ich jetzt? Let's go, mate! Ich lauf jetzt schon den 30. Flur entlang. Ich weiß gar nicht, wo es runter geht. In welche Richtung bist du gerannt? Zurück! Wo war zurück? Ach doch! Es hält super verwirrend. Super verwirrend. Super verwirrend. Hä? Alter, kein Sprecher bitte seinen Maul halten. Ah! Was?! Ich hab nur 25 Leben. Oh Gott, da ist jemand! Ich hab nur noch 25 Leben. Ich bin schon. Ich auch. Ich bin jetzt noch gestorben. Hä? Ja, ich wurde auch gewandertet. Gut, ich behalte jetzt das Radio. Oh Gott! Auf dich schießt jemand, ne? Hä? What the fuck? Der hilft ja... Wir sind auf einmal... Gebt den an mir vorbei! Ja, klatsch die! Ja, klatsch die! Hört einmal auf! Ich glaub, die reden mit mir. Ich hab keine Ahnung, was die wollen. Drück Kuh! Nein! Du kannst in den, äh, verschiedenen Dings gucken, schränken, ob da irgendwas ist, was du aufpicken kannst, ne? Was? Echt? Hä? Hier? Ne, welche Schränke meinst du? Die kleinen, am Schreibtisch. Wie? Die auch? Ja, zum Beispiel eventuell. Weiß nicht, ob das da geht. Ich weiß nicht, eventuell. Ja, bei mir ging das an dem einen großen. Ich kann nichts mit E drücken. Vielleicht, weil du die Waffe nachhand hast? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber auch nicht. Ich versteh das Spiel. Jetzt? Du zielst aber auch nicht richtig auf die Schubladen. Bei mir zieh ich voll auf die Schubladen. Echt? Ja. Also du kannst mehr auf den Schreibtisch. Vielleicht ein bisschen höher noch. Noch ein bisschen? Noch mal genauso viel. Ja? 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 Da passiert auch nichts. Bei mir zieh ich voll auf den Boden. Ich versteh das nicht. Guck mal, da liegt was auf dem Boden im Gang. Oh ja, hier ist noch eine. Die hat aber irgendwann verloren. Ich hab ja schon eine. Jetzt hab ich zwei. Ja, aber es gibt verschiedene. Aha. Ja, aber die sind beide blau. Okay. Security. Tier 4. Kann es sein, dass mein Kollege gestorben ist? Vielleicht. Ach du, habt ihr das gesehen? Was geht hier ab? Was ist hier passiert? Was ist das alles? Ich glaub, die sind alle hier gestorben. Das sind die Waffen von denen. Die sind hier alle gestorben, während ich an dem Dings war. Weniges Massengrab. Links? Da. Guck dir mal auf den Boden. Da rein jetzt. Was ist das? Da sind noch mehr Waffen. Nein, die liegen aber sehr schön hier. Äh. So haben wir einen Hackad oder so. Da ist eine Linie. Oh, noch mehr. Ich folge ihn. Guck dir das an, als das. Das ist doch nicht normal, ey. Wir haben noch safe einen Hacker oder so. Da ist noch eine Keycard. Ja. Die ist sogar schwarz. Oh. Alter. Habt ihr das gehört? Oh, wack. Ich höre es. Was ist das? Was? Das ist doch Satan. Hä? Ich lebe noch. Oh, guck mal. Hier geht es runter. Was ist jetzt los? Warum alles weiß? Ich kann stehen in dem Spiel nicht. Ich bin so military. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Na? Was geht ab? Ey. Ey. Auf. Warum habe ich keinen Sound? Und. Gut. Warte. Wollen wir uns einmal treffen? Wer ist wo? Ja, lass mal draußen bleiben. Okay, lass mal draußen bleiben. Ich bin hier unten. Yay. Na? Leon. Und. Desert Boy. Na gut, was wollen wir jetzt machen? Rein, 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 rein. Na gut, rein, 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 rein. Exist denied. Ja, rein, rein, rein. Okay. What the fuck? Oh. Gut, raus, raus, raus. Und weiter. Alter, bleib mal bitte kurz stehen. Wer war das? Desert Boy. Warte. 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 Bleib doch mal stehen, Mann. Ich beweg mich nicht. Du bewegst dich. Alter. Warte. Alter. Ich seh deinen Mund. Ich seh deine Augen. Alter, das sieht so komisch aus. Das sieht so komisch aus. Leon, willst du auch noch hier reinkommen? Na gut, lass uns weiter. Wer... Hallo? Da meine Auftrag. Hier in so nem Teil war ich mit der Kamera die ganze Zeit. Ja, in dem Teil war ich auch als Typ, der unten eingesperrt war. Da ist jemand. Was? Wo? Okay, da ist niemand. Ah, da hinten. Ich glaub, das war zu uns. Doch, da ist jemand. Oder? Oh Gott. Der Alarm geht los. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Ich glaub, das war zu uns gehören würde, hätten wir ihm keinen Hitmarker geben können. Meinst du? Ich bin tot. Hä, wieso? Ich weiß nicht. Oh, ich krieg auch... Oh, ich bin tot. Hä? Ich krieg keinen... Guck mal. Was? Wie warst du das? Ich hab keine Ahnung, was das Ziel des Spiels war. Ja, je nachdem, als was du spawnst, hast du halt verschiedene Ziele. Ja, schon klar. Aber ich mein... Ich mein, es war schon... Also, ne? Oder wie man die Ziele erreichen kann. Ja, ist da sehr eigenartig. Giga töten und nicht getötet werden. Ja. Ja, Mann. Du stirbst einfach random. Ja, das fand ich auch ein bisschen doof. Hm. Vielleicht fragst du uns an dem Raum, in dem wir waren oder so? Das kann sein. Na gut. Ich würd sagen. Das war's, ne zunderspares Haute Reihen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Tschüss. Jags.